also wir haben sie jetzt gewaschen weil die war ja voller flöhe und auch alles voller floh bis absolut alles alles ist voller floh bissel und sieht ganz schlimm aus wir haben sie ein waschen augen sind noch entzündet hat eben eine salbe bekommen auch von dem veterinär das arme tier sieht ganz schön schlimm aus schon älter glaube ich ja ist etwas älter auch nicht so alt aber vorne hat sie nix vielleicht hat sie steine gegessen oder so ganz arm aus man sieht Jena, du, wenn, wenn, wenn. Wenn, 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 wenn. Augenentzündung, eventuell ist sie gar nicht wirklich blind, sondern hatte zu lange Zeit eine Augenentzündung. Fast keine Haare von den vielen Flöhen. Es juckt natürlich alles nach dem Bad. Ist aber sehr lieb.